So, versuchen wir mal jetzt den letzten Teil draus zu machen. Also, ich glaube, das wird jetzt das langweiligste Video, noch langweiliger als... ...das letztend. Ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich, wenn das Video... ...zwei Minuten lang wird. Vielleicht klatscht es dann ans andere dann einfach mit dran. Ich weiß noch nicht genug, ja... Naja, das wär's halt einfach pushen. Das wär schöner gewesen, wenn einer von hier geröst hätte. Aber... ...weiß ja über das kaum einer callen, der eine schlechte Hand hat, weil so gut sind die Leute nicht. Dass das jemals tun. Oder ja, was hieß die? Ich werd's schon hier und da mal tun, aber... ...normalerweise... ...wird man da nur vom Besseren hinten geholt. ...wird man da nur vom Besseren. ...wird man da nur vom Besseren. ...wird man da nur vom Besseren. Ah, jetzt erstmal ne Weile Mist folgen. Ja, so einfach ist das. Guck hier eigentlich... ...das noch offen. So, gut. Mal hier gucken. Ich mein, es ist eh noch ne Weile hin. Und so wie's zur Zeit läuft, werd ich hier einen MinCash nicht mehr sehen. Aber man weiß ja nicht. Manchmal... ...und hoch hier aus dem MinCash. Habt das langsam her. Acht, neun riesig. Kommen wir gleich all in, wenn wir hier Tab Hair treffen. Das ist eigentlich... ...die Idee. Ist auch... ...gut mit 8 BB oder mit 7 BB... ...nochmal ein MinCash zu starten. Überhaupt nie auffällig. Ich würde gerne sagen, wenn wir jetzt hier zwei, drei Leute kommen. Aber was wird wohl nie passieren. Gut. ... 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